Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Mit guter Laune gehen wir in das nächste Dingsy Bumsy. Das DLC ist jetzt schon bei Version 1.4.8 und 1.48, so, 1.4.8, ja, genau. Wir sind hier nicht bei Minecraft. Letztes Mal haben wir Mutters Fuß besiegt. Ja, und ich werd das jetzt so machen, dass ich immer einen kompletten Run hochlade. Das ist für mich einfacher. Und, ja, gibt ja auch nicht so viele, die das gerne gucken. Aber ich mag Isaac und deswegen mach ich es einfach weiter. Ich mein, ist doch egal, ob Views oder Likes oder was auch immer. Weiß nicht, glaub es auch, es gibt ein paar, denen es gefällt. Und dann spielen wir jetzt anstatt mit Isaac eine Runde mit Maggie. Mal gucken, ob wir Glück haben. Und eine Sekunde, dann muss ich kurz die Aufnahme pausieren. So, da wären wir wieder. Musste kurz pausieren, damit ich Firefox dazu machen kann, vorm Upload. Deswegen hat das ein bisschen gelegt, aber jetzt passt alles wieder. Und wir suchen jetzt... Ja, nimm. Nimm. Danke! Direkt mal Damage ab. Boah, mit Maggie auch noch. Da haben wir jetzt aber richtig Glück gehabt. Ja, vier Damage-Punkte. Manchmal backt das bisschen rum, deswegen hab ich das jetzt... Boah, okay. Okay. Jetzt darf ich den Run schon gar nicht mehr verkacken. Ich darf einfach nicht. Es geht nicht. Das ist wieder so ein Run, wo man gezwungen ist, das einfach zu schaffen. Weil manchmal denkt man sich so, das Spiel tut einem einen gefallen. Mit dem, was es einem gibt. Und, ähm, ja. Ja, vergesst das, was ich grad gesagt hab. Ich weiß nicht. Das Unicorn-Horn oder mein Jam-Hard. Ich bin eher für das Jam-Hard. Ich nehm es mal mit für die Sammlung. Oh, Lolo. Dann machen wir Schaden bei dem Gegner. Nicht wirklich. Ich brauch's nicht. Ich mag's nicht. Und, äh, da muss ich die Aufnahme wieder pausieren. Eine Sekunde. Und das dritte Mal. Ich muss einfach nur gucken, ob... Wow, schon wieder? Ob, äh, ob der Sound nicht zu laut oder nicht zu leise ist. Komm schon. Komm schon. Ich warte noch. Ich geh da gleich noch mal hin. Wenn ich den Boss besiegt hab. Weil dann krieg ich auch noch mal Herzen. Oder ist das Tour of Hards? Oh mein Gott! Jetzt hab ich aber richtig Glück. Komm. Gimme, gimme more, gimme... Sicher nicht. Das war die Nine-Life-Katze. Also, wenn man die aufhebt, hat man neun Leben. Dafür aber nur ein Herz. Und die ist scheiße. Die muss ich vielleicht irgendwann mal aufheben für meine Sammlung. Was? Der Geheimau ist doch nicht. Oh mein Gott. Dann ist der da im Shop da. Okay, egal. Lassen wir das und Headless... Oh mein Gott. Aua. Ich darf jetzt nicht sterben. Das wäre sehr peinlich. Das wäre sehr peinlich. Nein, ich sterbe nicht. Aua. Der kommt von da. Umdrehen, Maggie. Umdrehen, Maggie. Er schießt dich an. Wie spiele ich? Was tue ich? Nein. Nein. Okay, ich muss erst den Kopf kaputt machen. Ich muss... Jetzt kommt er von da. Ich spiele grad wie... Ich weiß nicht. Als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Und zwar schlecht. Ich musste erst den Kopf... Gut. Nice. Jetzt kriege ich nämlich das Pony. Und ich möchte das Pony. Ich möchte nicht... Äh... Ein Cube of Meat haben. Ich möchte fliegen. Ey, das ist so ein gutes Setup für die... Ich bin nicht weggekommen. Maggie ist einfach zu langsam. Little Shed has a piercing in the Batement. Smooth. Gut. Jetzt habe ich nur anderthalb Herz. Äh... Wisst ihr was? Ich bin einfach immer mutig. Ach ne, Moment. Stopp. Den haben wir ja schon gemacht. Okay, alles klar. Hab nichts gesagt. Äh, was war noch mal im geheimen Raum? Ach ja, genau. Das Unicornhorn. Jetzt habe ich das Jam hat sowieso nicht mehr, ne? Fällt mir grad mal so auf. Äh... Egal, was es mir wert kommt. Und ab. Ab in Basement. Ähm... Cellar 2. Egal. Wir können fliegen. Das macht uns vieles einfacher. Ich hoffe, dass wir noch die... Spectral Tears bekommen. Das ist einfach episch dann. Na komm. Geh kaputt. Ich hab immer... Also ich hab... Manchmal habe ich echt Glück in Isaac. Und ähm... Dann verkacke ich es mir aber selber. Weil ich so scheiße spiele. Und das hasse ich einfach manchmal. Ach. Komm. Spinni. Komm zu mir. Aber bei den Dingern muss man echt aufpassen. Manchmal sind die so undurchsichtig. Egal. Ich kann ja durch alles hinwegfliegen. Oder über alles hinwegfliegen. Dann macht das nichts. Oh. Ich hab Bauchschmerzen. Äh. Oh. Jetzt... Ne. Oder? Ah ja. Jetzt habe ich den Rock freigeschaltet. Also den Stein. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal Damage abkriegen, wenn ich blaue Steine kaputt mache. Und Lil Chat war einfach, äh... Glaube ich... So ein Würmchen oder so eine Made, was hinter mir herfliegt. Und was dann Damage macht. Werdet ihr sehen, wenn wir das mal haben. Und ja. Komm. Ah. Hier ist ein blauer Stein. Oh mein Gott. Wie spiele ich? Das war unnötig. Also wenn ich jetzt ganz viel Pech habe... Okay. Damit habe ich jetzt kein Pech gehabt. Aber wenn ich jetzt ganz viel Pech habe und, äh... Ja. Wenn ich dann scheiße spiele, könnte ich jetzt gleich sterben. Wenn ich, äh... Widow als Gegner kriege. Widow. Also die Spinne. Das wäre jetzt nämlich scheiße. Und... Forever Alone. Und... Ja. Die blaue Fliege ist okay. Ist okay. Gibt's Schlimmeres. Und gibt auch Schlechteres. Also von daher. Ich sage mal nichts. Und die hat eigentlich ganz guten Damage raus, wenn sie den Gegner mal trifft. Aber ich bin froh, dass wir das Pony haben. Weil jetzt haben wir auch einen kleinen Speed Boost. Und das heißt, dass Maggie jetzt nicht mehr ganz so langsam ist, wie sie eigentlich ist. Dass wir jetzt keine Münzen haben, stört mich ein bisschen. Und wir haben auch keine Bombe. Ich könnte... Ich mache... Ich zocke jetzt viermal dran. Ich habe nicht genug Münzen für sonst irgendwas. Vielleicht habe ich ja Glück. Komm schon. Bitte. Gib mir eine Bombe. Gib mir eine Bombe. Eine. Äh... Okay. Dann halt nicht. Okay, Pin. Pin ist gut. Pin ist super. Ah. Ah. Den müssen wir einfach nur abknallen hier. Oh. Hast nicht getroffen. Du armer. Wisst ihr, was ich brauche? Herzen. Ich brauche Herzen. Ich kriege keine. Mit Maggie kriegt man sonst Herzen im Überfluss, muss ich sagen. Aber ich kriege irgendwie gerade keine. Wenn man hier auf Leertaste drückt mit dem Pony, chargt man so ein bisschen rum. Aua. Münzen! Münzen! Hätte ich meine Münzen nicht verzockt. Dann hätte ich jetzt gut in den Shop gehen können. Das weiß der Herz nehme ich jetzt noch nicht mit. Wer weiß, was ich da mache. Ich gehe einfach trotzdem in meinen Shop. Mua. 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 Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich such den Geheimraum. Mit dieser Bombe hier. Ich könnte den blauen Stein jetzt kaputt machen. Aber ich bin mutig. Ich sehe nur hier. Es könnte auch woanders sein. Ja, da hinten könnte... Oh. Aber ich hoffe hier. Bitte. Ja. Komm Münzen. Ja. Jawoll. Stopp. Du Feuer. Du, du, du. Okay, jetzt habe ich echt Glück. Sonst bin ich immer so bei Regi. Nur zu viel Glück. Und jetzt... Steve's Tale nehme ich natürlich mit. Okay, jetzt habe ich zwar keine Münzen mehr. Sonst so... Konnte den blauen Stein auch nicht mitnehmen, was sehr schade ist. Da hätte Rock drin sein können jetzt, aber... Ne. Und da wir das weiße Herz jetzt mit in die nächste Ebene nehmen, kriegen wir noch ein Herz dazu, was wir auffüllen können. Und ja, sehr gut alles bis jetzt. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Wenn ich jetzt noch ein bisschen besser spiele, ist das alles super. Aber die Items kompensieren nicht meine schlechte Spielweise im Moment. Aber bis zum It Lives sollte ich es eigentlich schaffen. Also das ist wirklich, das ist mein Dings, wo ich es eigentlich immer jetzt schaffe. Jetzt kriege ich Bomben. Jetzt ist es auch zu spät. Doofes Spiel. Bäm, noch eine Bombe. Kein Schlüssel. Jetzt kriege ich bestimmt keine Schlüssel mehr. Und ich kriege bestimmt auch keine Dings mehr. Keine Münzen. Ne, das nehme ich noch nicht mit. Das nehme ich immer, das hebe ich mir immer auf für die nächste Ebene. Oder ich kriege noch ein zweites weißes Herz. Au. Ach man, tun mir doch nicht weh. Hallo. Jetzt musst du dran glauben. Du hättest eben schon dran glauben müssen, aber... Nee, ich dachte mir, ich bin mal so nett. Ich kriege keinen Schlüssel. Komm. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Du hast die letzte Bombe bekommen. Enttäusch mich nicht. Jawohl. Jawohl. Ich brauche einen... Oh mein Gott, hätte ich jetzt noch eine Bombe. Dann könnte ich da unten in den Shop rein. Oh man. Hätte ich mir die Bomben aufgespart. Egal, vielleicht kriege ich noch eine hier raus. Jo, da kriege ich zwei Bomben. Also ich könnte in den Shop rein. Egal wie es um Schlüssel steht. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Hoffe ich einfach mal nur, dass ich noch einen Schlüssel kriege. Ach, ich habe einen Schlüssel dabei gehabt. Och. Ja dann. Shop und Itemraum sind gesichert. Alles klar. Ich höre auf rumzuheulen. Alles ist gut. Bam. Ach. Noch eine Bombe. Gut. Dann haben wir jetzt noch eine auf Reserve. Hier müssen wir ein bisschen in den Kreis rumfliegen. Weil die Köpfe uns sonst ein bisschen komisch kommen könnten. Okay. Und zack. Oh, den Raum haben wir gut gemacht. Sonst nehme ich oft damage an solchen Räumen. Aber diesmal wohl nicht. Diesmal dachte ich, dass ich das spiele. Nee. Heute sind wir ein bisschen nett zu ihr. Weil sie das letzte Mal so rumgeheult hat. Ich meinte letztens noch so. Ich spiele nie wieder Isaac. Das reicht mir jetzt. Jetzt spiele ich schon wieder Isaac. Das geht einfach nicht. Das ist so suchtig. Naja. Na komm. Uh. Gut. Vielleicht war das auch diese Drohung. Ich spiele nie wieder Isaac. Das spiel sich dachte. Oh, wir müssen jetzt mal nett zu ihr sein. Danke, Spiel. Danke. Egal. Wir haben ja nur das weiße Herz da liegen. Das heißt, es ist plus minus null. Es ist okay. Also. Ja. 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 Zu allem ja. Ich nehme alles mit. Ich war shoppen bei Degreed. Peter Zweigato. Ich muss Insolvenz anmelden. Und dann machen wir jetzt auch die Kiste auf. Ja. Range up. Okay. Hat sich schon gelohnt. Bin jetzt nicht so ein Fan von Moms Items. Aber es ist okay gewesen. Also der Tausch war. War. Lohnenswert. Und was kriegen wir hier? Boah. Boah. Werde ich jetzt zugekackt mit guten Items. Oh mein Gott. Wisst ihr was das ist? Das ist Quatschot. Das heißt, ich schieße gleich vier Tränen. Vier Tränen. Bam. Zack. Zack. Wir schießen jetzt vier Tränen mit vier Punkten Damage. Und einer guten Range. Und wir haben einen guten Speed. Wir können jetzt zwar kein Tears Up mehr kriegen. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Juhu. Warum man beim Rausgehen Damage nimmt und nicht beim Reingehen verstehe ich bis heute nicht. Aber das macht mir auch nichts. Juhu. Wir haben nämlich zwei Herzen gegen einen. Ach mein. Ja. Ja. Okay. Zack. Einmal durch dich durch geraped. Bam. Ähm. Oh. Wir machen so guten Schaden mit Maggie. Wir schaffen das mit Maggie. Ich sehe es schon. Ah. Ne. 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 Kein Damage. Äh. Ist nicht. Nein. Nein. Stirb. Book of Revelations. Ist äh. Ein Buch. Auf dem Spacebar. Und wenn wir das betätigen, kriegen wir blaue Herzen. Und ja. Krampus auch noch. Wow. Also jetzt werden wir echt. Autsch. Äh. Krampus lässt immer. Wirklich immer. Nein. Nein. Ich habe zu spät reagiert. Äh. Die Kohle fallen. Die Kohle. Hat die die nicht schon mal in den Mann? Je weiter die Tränen fliegen, desto mehr Damage machen die. Und da ich eine ziemlich okaye Range habe, ist das auch ein gutes Item für mich. Und ich habe vier Tränen. Wenn die weit fliegen und dann Damage. Boah. Also das ist wirklich gut. Ich kann mich gerade nicht beschweren. Ich habe noch die Karte eben gekriegt. Das heißt, ich sehe auch immer die Geheimräume jetzt, die in den Ebenen sind. Und. Wow. Jetzt sind wir ein bisschen schwarz geworden, aber das macht überhaupt nichts. Müssen noch das weiße Herz mitnehmen. Das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Hier. Und dann gehen wir jetzt in die nächste Ebene. Dann macht die Held Downpiller auch nichts mehr. Bam. Und sind in Katakombs zwei. Machen erstmal den Geheimraum auf. Den wir jetzt sehen. Kriegen drei Münzen. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber ist okay. Wer weiß. Vielleicht sind die drei Münzen später ausschlaggebend für irgendwas. Man kann nie wissen. Ne. Ist nicht. Sterbt. Boah. Was für ein Damage wir machen. Ist das. Oh ne. Peter zwengert Köpfe. Nein. Okay. Aber du kannst mich eh nicht treffen, weil du komisch rumschießt. So. Wenn wir genug Abstand halten. Jetzt. Jetzt kann ich es zeigen. Komm. Schieß mal. Schieß mal. Da. Weil er ja so komisch schießt. Der kann uns jetzt gar nicht treffen. Also wir können hier gechillt stehen. Weil ich so. Oh mein Gott. Die treffen uns gleich. Also das meinte ich letztes Mal. Und nicht so fail. Naja. Jetzt mal halt. Und ganz viele Bomben für uns. Weil wir fliegen können. Oh mein Gott. Mit einem Schuss machen wir auch die Dinger aus. Boah. Haben wir. Haben wir es gut. Äh. Jetzt bleibe ich zwar nicht stehen. Ist besser. Manchmal habe ich auch das Pech. Dass sie trotzdem treffen. Auch wenn ich so stand wie eben. Aber meistens ist es so. Dass sie einen eigentlich gar nicht treffen würden. Aber man reagiert so panisch. Dass man in die Schüsse reinfliegt. Und dann denkt man sich so. Sie habe ich getroffen. Obwohl sie einen gar nicht getroffen hätten. Wenn man nicht so panisch rumgeflogen. Oder rumgelaufen wäre. Aber das ist meistens so ein Eisweg. Eigentlich würden die Dinger einen gar nicht treffen. Man denkt sie treffen einen. Und dann läuft man rein. Ja. Aua. Da jetzt zum Beispiel wieder. Ich so. Oh nein. Naja. Ich hätte einfach ganz chillig stehen bleiben müssen. Aber okay. Passt. Ah. Oh Gott. Die Dinger hasse ich auch. Komm. Wir machen die Dinger mal kaputt hier. Die Fliegen sind auch kein Problem. Fly Love wäre jetzt noch ganz schön. Aber naja. Hey. Ich will es ja jetzt nicht. Ach du. Ja. Das ist auch kein Problem. Zack. Moms Pearl verstärkt. Moms Pearl verstärkt die Chance, dass man Marm-Items kriegt. Ich möchte allerdings keine Marm-Items. Das brauchen wir nicht. Also. Das brauchen wir definitiv nicht. Weil. Wir sehen ja schon, wo die Geheimräume sind. Damit würden wir es jetzt sehen. Ich weiß nicht, ob man den zweiten Geheimraum damit auch sieht. Ich bin gerade unsicher. Ich weiß nicht. Werden wir ja sehen, wenn wir jetzt hier rumfliegen. Oh. Trinket. Oh. Trinket. Trinket. Ich will erst den Shop angucken. Da ist Ingrid drin, denke ich mal. Weil. Ihr wisst. Je öfter man in den Shop geht. Ne. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Greed drin ist. Und. Ach ne. Moment. Die Brille macht die Dinger ja auch auf. Der Spelunkahead war das. Wo man nur sieht, wo die Dinger sind. Jawohl. Das heißt, wir brauchen jetzt auch keine Bomben mehr verschwinden, um in die Geheimräume zu kommen mit der Brille. Oh. Ist das schön. Ne. Ich gehe lieber in den Shop. Auch wenn da jetzt der Greed drin ist. Super Greed sogar. Oh. Nö. Der spawnt die Greed-Köpfe und schießt komische Tränen. Und ach. Doof. Immer schön in Bewegung bleiben bei dem Typen. Nein. Nein. Wow. Habe ich da jetzt Glück gehabt? Der Cube of Meat hat mich da ein bisschen beschützt. Nein. Nein. Stirb. Danke. Oh, ein weißes Herz. Wie nett. Das ist wirklich selten, dass da sowas droppt. Also bei mir zumindest droppt. Cool. Gehe ich gleich holen. Danke. Hat sich schon gelohnt. Ganz ehrlich. Hat sich gelohnt. Hm. Ja. Hier können wir jetzt durchfliegen. Dann haben wir eine kleine Abkürzung. Aber stopp. Erst. Gehe ich hier ein bisschen spielen, damit wir ein gutes Trinket kriegen. Ja, ja. Ich think for you yourself. You will die alone. Okay. Kann nicht mit leben. Eigentlich ja nicht. Komm. Okay. Eine Karte. Dodgement. Ach. So. Hier. Nimm du mein Geld. Gib mir aber bitte eine gute Seite mir. Keine Herzen. Oh. Okay. Dann höre ich jetzt auf zu spielen. Das Ding. Stopp. Das könnte ich mitnehmen für die Sammlung. Daran kann man spielen. Das ist so eine tragbare Maschine zum Zocken einfach. Also ziemlich nutzlos. Und man kann die zweiten Geheimrommel dort aussehen. Oh. Ist das gut. Okay. Die Brille ist echt OP. Help down. Toll. Danke. Okay. Dann gehen wir zum Boss. Zum Bossetiboss. Komm. Noch ein bisschen Speed gekriegt mit Maggie. Und die zweite Widow. Okay. Da wir jetzt schnell sind und eigentlich guten Damage raushauen, macht das überhaupt nichts. Nur was ich immer übersehe, sind die weißen Schüsse, die sie macht. Ich finde die einfach so undurchsichtig. Ich weiß nicht. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Aber sonst finde ich sie echt einfach. So. Zack. Das war es schon. Na komm. Und. Ja. Noch mal Tiersab. Wie gesagt. Können wir glaube ich nicht kriegen. Ich weiß nicht. Also. Der Strich bleibt zumindest immer bei 1. Und ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich gehe jetzt mal hier rein. So viel Glück wie wir haben. Ach die Bibel. Wir können es mal kurz mitnehmen. Also würden wir die jetzt mitnehmen anstatt dem Pony. Ich mache es nicht. Weil die Mama ist nicht schwer. Würde das die Mama direkt killen. Also. Ich aktiviere das Ding auf Leertaste und dann ist die Mama tot. Eigentlich ein gutes Item. Aber. Ich brauche das nicht. Also ich schaffe das bestimmt auch irgendwie so. Dann nehme ich lieber mein Pferd mit und weiche allem aus. Kann überall drüber fliegen. Ist es viel viel nützlicher einfach. Mich stört das gerade, dass wir nur 7 Münzen haben. Kein Schlüssel. Kein Trinket. Oh. Okay. Ich zocke noch mal kurz. Ich meine ich sehe ja. Oh Moon. 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 Unnütz. Ambilicocort. Was auch immer das macht. Ich habe vergessen mein Trinket Ding aufzumachen. Ich nehme es einfach mal mit. Ich weiß gerade nicht was es macht. Aber. Es ist bestimmt nicht schlecht. Hoffe ich doch mal. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir hoch. Ab. In die neue Ebene. Mit einem neuen Herzen. In Necropolis 1. Okay. Zack. Trollbomben. Und weg. So haben wir uns den Schaden bei dem Raum hier gespart. Und sind direkt im Geheimraum. Gibt ein paar Münzen für uns. Und wir sind jetzt direkt schon bei dem einen Raum. Bei dem Dingraum. Ach wir haben gar keinen Schlüssel. Oh ein Trinket Ding. Können wir einmal dran zocken. Äh. Wake up. Okay. Hier wäre der Shop. Hier ist auf jeden Fall kein Greed drin. Also es wäre sehr viel Pech. Wenn hier einer drin ist. Ich hatte das schon ziemlich oft. Aber. Ich hoffe jetzt einfach mal. Dass ich nicht so viel Pech hätte. Ich habe zwar jetzt gerade keine Schlüssel. Aber ich hoffe ich kriege noch welche. Hier kriegt man eigentlich ziemlich oft Schlüssel. Bei solchen komischen Räumen mit diesen Typen. Aber gerade mal nicht. Oh Mann. Komm. Gib mir wenigstens Schlüssel. Peter Zwegert. Bitte. Bitte. Gib mir Schlüssel. Bäm. Für die die jetzt keine ganzen Runs gucken wollen. Die das überhaupt gucken. Die können sich das ja selber einteilen. Finde ich. Die können ja einfach auf Stop drücken. Dann gucken. Wo sie aufgehört haben. Und dann einfach da weiter gucken. Also ich weiß nicht wo das Problem liegt. Ich habe keinen Schlüssel. Oh oh. Ich glaube das wird jetzt zu einem Problem. Mann. Bitte. Gib mir Schlüssel. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Gehe ich mal hier runter. Oh das ist echt praktisch. Ich habe immer noch keine Schlüssel. Verarsch mich doch nicht. Oh Gott. Wie müsste ich das denn machen? Hätte ich jetzt keine. Keinen Pony. Aua. Ah. Ich hätte es so gemacht. Okay. Aua. 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 Warum war jetzt irgendwie mies? Wirklich mies. Und diese Dinger hier. Oh mein Gott. Oh ne. Ich hasse die Teile. Aua. 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 Ich spiele gerade wieder richtig gut. Alle meine superen Herzen sind weg. Oh man. Okay. Der zweite Geheimraum. Ein weises Herz. Nehme ich gleich mit. Okay. Die sind nicht so schlimm. Oh Gott. Droppt mir bitte einen Schlüssel. Bitte. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Oh bitte. Nicht? Okay. Hier jetzt aber einen Schlüssel. Peter Zweger. Bitte. Okay. Wenigstens ein halbes Herz. Mhm. Besser als gar nichts. Oh ne. Ihr. Äh. Äh. Wow. Da bin ich fast reingelaufen. Nein. Nein. Ist nicht. Wenn die mich einmal treffen, direkt, äh. Ne. Direkt. Ein ganzes Herz weg. Der Matchstick macht einfach nur, dass man mehr Bomben kriegt. Und ich glaube, das hat auch irgendwie eine bestimmte Chance, dass es die Karte aufdeckt. Aber ich nehme das hier mit, was ich auch immer gerade habe. Ich weiß nicht. Ich möchte keine Bomben kriegen. Ich möchte Schlüssel kriegen. Bitte. Das ist der letzte Raum. Wo ich die Chance habe. Ich könnte noch den Trinket-Typen da kaputt machen. Bitte? Ey. Ich habe keinen Schlüssel. Oh mein. Okay. Das ist wirklich krass. Da. Ah. Ja. Okay. Oh. Jawohl. Zwei Schlüssel. Backpack. Okay. Ich nehme das andere auch noch mit. Und den Schlüssel. Nein. Kein Geld. Oh fuck. Oh. Kein Geld. Mir fehlt eine Münze. Na super. Ich bin gerade am überlegen, ob ich... Ja doch. Den Itemraum mache ich auf. Oh. Ist das Technology 1 oder 2? Ich glaube, es ist 1. Da würden wir jetzt einen Laser schießen. Wir haben einen Quadshot. Ich glaube, ich dingse meinen Quadshot nicht für den Laser. Ganz bestimmt nicht. Oh, jetzt bereue ich es gerade, dass ich da reingegangen bin. Jetzt habe ich... Ach man. Jetzt habe ich wieder keine Schlüssel. Aber egal. Ich werde schon gleich welche kriegen. Hoffe ich doch mal. Jetzt können wir den Matchstick auch noch mitnehmen. Stick. Dann passt das schon. Ich hoffe, ich kriege dann dafür... Ich brauche den Backpack, wenn ich mit Isaac... Also wenn ich auf der Suche nach dem Polaroid bin. Und jetzt nicht bei sowas. Das ist ja blöd. Nein, egal. Habe ich so ein... Ah, das weiß ich nicht. Ne, das weiß ich nicht. Jetzt gehe ich gleich holen. Ne, hab alles. Okay. Hallo, The Fallen. Okay. Der hat wirklich eine hohe Chance, gute Items zu droppen. Hat er. Bei mir aber nicht. Also ich kriege da immer Sister Maggie oder Brother Bobby. Immer. Also das ist... Ich freue mich schon auf The Fallen. Ich musste den lange nicht mehr besiegen. Also es gibt ja noch später einen. Den Satan. Das ist ja nur eine... Da, was ist da Maggie? Was sag ich? Ach man. Ey. Bleib doch zu Hause. Egal. Dann habe ich die halt. Ist okay. Dann fliege hinter mir her. Bauen wir einen kleinen Zoo auf. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich diese blauen Teile nicht treffen. Okay. Bereit machen. Nee. Okay. Huch. Hab das Weiße jetzt behalten. Und ab geht's. Zack. Neues Herzweg. Klar, da ist der Geheimraum. Da gehe ich immer als erstes hin. Ich glaube, ich würde das hier nur für Epic Fetus oder so eintauschen. Oder Fetus. Aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht freigeschaltet. Von daher. Ist das auch Wayne? Jetzt kriege ich natürlich ganz viele Bomben wegen dem Matchstick. Ehrlich. Okay. Kriege ich wenigstens Münzen. Autsch. Und verliere Münzen. Aber naja. Okay. Hier ist der Itemraum. Ich habe keinen Schlüssel. Ich kriege jetzt nur noch Bomben wegen dem Matchstick. Warum habe ich den mitgenommen? Ich bin so blöd. Also jetzt nicht nur noch. Aber die Chance ist halt erhöht, dass man Bomben kriegt. Okay, der Joker. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Joker. Oh, habe ich einen Pech. Komm, wir nehmen es einfach mit. Brother Bobby und Sister Maggie. Sieht's, oder? Die beiden freuen sich sicher, zusammen zu sein. Guck mal, Maggie, wie sie lacht. Oh nein, Bobby. Ich bin bei meiner Schwester. Bei meiner nervt wird eine Schwester. Sie hat wieder ihre Tage. Naja, die Schaufel wäre jetzt eine Ebene tiefer. Einfach nur. Man könnte sich immer eine Ebene tiefer buddeln. Brauche ich jetzt nicht. Ist das unwichtig. Weiß nicht. Freue mich. Scheiß drauf. Bomben. Ich kriege Bomben. Ich brauche keine Bomben. Oh, Schlüssel. Bitte. 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 Gib mir halt gar nichts. Okay. Ich merke schon, was für ein Glück ich wieder habe. Ups. Hab da aus Versehen eine Bombe hingekackt. Sorry. Ich kriege nur Bomben. Oh nein. Dieser Matchstick. Warum habe ich ihn genommen? Warum habe ich ihn auserwählt? Okay, was ist das? Bad Guess. Okay. Kein Problem. Oh. Ich habe Bauchschmerzen. Üh. Komm. Stirb. Ah. Zeig. Tot. Bombe. Das ist schockt. Oh nö. Hier komm. Sister Maggie und Blosser. Boah. Wir sind echt ein gutes Team, ne? Jetzt spiele ich auch gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Oh. Okay. So langsam habe ich mich wieder eingekriegt. Okay, die Räume waren jetzt auch nicht wirklich schwer. Hm. Hm. Was mache ich jetzt? Hm. Ne. Schreib mich nicht an. Schreib. Uah. Das ist ja ein Megading. Ding. Ach nö. So ein Engels-Cup-Ding. Ich hasse die Teile, seit die mich in Isaac einmal umgebracht haben. Ich habe Isaac eigentlich geschafft. Da war da noch ein Engel und der hat mich dann umgebracht. Also ich habe mich geärgert. Boah. Das glaubt ihr gar nicht. Aber was soll's mit Isaac. Also ich habe eh alle schon Isaac besiegen lassen. Ach, ne Bombe. Scheiße. Aber, äh. Na ja. Ich muss halt noch den Test machen. Und hier könnte ich jetzt einmal wieder zocken. Und kriege nichts. Okay. Hier ist noch ein Herz für mich. Dankeschön. Und gehen wir mal hier hoch. Aha. War jetzt nicht das Problem. Schon wieder eine Bombe. Ich brauche einen Schlüssel. Bitte. Bam. Da war der Schuss jetzt von Bossa Bobby und Sister Maggie. Wirklich hilfreich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aua. Mann. Ah, da ist der zweite Geheimraum. Okay. Da habe ich jetzt noch die Hoffnung, dass da irgendwie ein Schlüssel drin ist oder so. Bitte. Nö. Okay. Hier ein Schlüssel. Gappis Poh. Können wir aufnehmen für die Sammlung, aber... Ne. Macht bei Aktivierung ein rotes Herzchen für immer weg. Und gibt mir dafür... Ähm. Drei silberne Herzen. Ich opfer mich jetzt mal. Noch einen. Komm. Einer. Geht noch. Boah, was man nicht alles für Schlüssel macht und dann kriegt man sie nicht. Puberti. Toll, bin ich auch noch in der Pubertät. Was ist denn hier los? Hm. Gut, jetzt könnte ich noch einmal im Automaten zocken. Das machen wir natürlich auch. Weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass ich einen Schlüssel kriege. Kriege ich natürlich nicht. Ups, jetzt habe ich noch einen zu viel gezockt. Scheiße. Egal. Brauchen ja auch Herzen. Dann kacken wir mal auf den Shop. Komm. Komm. Gib mir, gib mir more. Gib mir, gib mir more. Eine Pille. Bolt of Steel. Danke. Oh. Ähm. Boah. Ein Schlüssel. Äh. Äh. Boah, fast erstickt. Ein Schlüssel. Hey. Und noch ein Herz. Oh, danke Maschine. Jetzt darfst du wohlbehütet abdanken. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das Ding da nicht aufmache. Okay, ab zu meinem Raum. Juhu. Wehe, da ist scheiße drin. Juhu. Dann rast ich aber aus. Juhu. Ich hätte einfach durch den Geheimraum gehen können. Wäre ein bisschen kürzer. Aber egal. Bitte was Gutes. Oh, Mann. Nö. 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 Nö, lieber nicht. Wer weiß, was dann passiert, wenn ich Quatschot habe und dann die Schokomilch aufnehme. Was dann passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Und ich will es auch gar nicht herausfinden. Mann, oh, wäre ich doch lieber in den Shop gegangen. Aber ich hätte ja eh kein Geld mehr. Gut, 14 Bomben, eine Münze und nö. Nö, nö Schlüssel. Ich nehme das weiße erst mit. Ich komme ja gar nicht mehr zurück gleich. Ups. Sorry, Leute. Habe ich ganz vergessen. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Mama-Raum raus, wenn ich da einmal drin war. Und wir sind jetzt gerade in The Def 2. Also auf der Mama-Ebene. Und das heißt, ja. Caught forever. Okay, komm. Bisschen schneller, Maggie. Komm. So. Jetzt darf ich nur kein Damage nehmen. Doch, darf ich. Aber die blauen Herzen schützen ja das weiße Herz. Aber ich möchte kein Damage nehmen. Okay? Komm. Lauf, Maggie, lauf. Oder flieg. Besser gesagt. Hui. Also ich wünsche mir ja gleich noch einen Satan-Raum in The Womp. Mit Spectral-Tiers. Das wäre echt cool. So, Mami. Oh, ich kriege die normale Mami. Das ist aber nett. Gibt ja jetzt auch blaue Mami's und rosa Mami's und irgendwelche Mami's. Und ich möchte keine andere Mami. Ich möchte nur diese Mami. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die blaue Mami ein bisschen kürzer lebt als die normale Mami. Und Mami hat mich gehauen. Mutter, was denkst du dir eigentlich dabei, hä? Deine eine Tochter zu hauen. Ah, ah. Ist nicht. Was für einen Schaden die nimmt, ey. Die Bibel wäre so Verschwenderung gewesen. Oh, jetzt habe ich wieder Samson? Okay, warum ich auch immer Samson gelockt habe. Also unlockt habe. Das macht keinen Sinn. Aber egal. Jetzt hatte ich gerade wieder diesen einen Damage. Diesen klassischen Damage, den man einfach mal so nimmt bei Mama. Aber egal. Okay, dann spielen wir im nächsten Run mit Samson anscheinend. Wenn ich das hier mit Maggie schaffe. Cool. Und wir haben das Herzchen dazu bekommen. Wir sehen natürlich direkt den Geheimraum. Und sind jetzt in The Womp 1. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das erste Mal jetzt mal was Herz besiegen. Falls ich nicht total behindert wieder mal spiele. Aber wir sollten eigentlich gehen. Wir haben 14 Münzen. Brauchen wir jetzt auf der Ebene nicht mehr. Oh. Jetzt kriegen wir natürlich Schlüssel. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Danke. Komm, machen wir den Raum hier auch noch. Warum auch immer. Zack. Wir können es einfach. Die Begründung schlechthin. Man kann es einfach. Weil ich es kann. Okay, Schluss. Zack. Okay, das Herz brauche ich nicht. Dann gehe ich mal rechts. Weil ich da die Vermutung habe, dass da der Boss ist. Nö. Ein Opferraum. Dann gehe ich sogar rein. Hier liegen so viele Herzen rum. Cool, eine Megatrollbombe, danke. Weil hier nimmt man jetzt ein Herzschaden ab dieser Ebene für alles. Für die... Oh. Cube of Meat. Nom, 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 nom. Danke. Oh, noch ein Herz zur Reserve hier. Gut. Da unten liegt auch noch eins. Super. Also, uns kann im Moment nichts passieren. Nichts aus der Bahn werfen, außer ein richtig behinderter Raum. Aber die kommen erst später. Also hier nicht. Hm, okay. Also es sieht echt gut aus mit Maggie. Aua. Ne, dass er mir Schaden gemacht hat, war aber ein bisschen behindert. Na okay, gut. Oh, eine schwarze Kiste. Ich hole mir eben das eine Herz da. Man kann ja nie wissen, was einem noch passiert. Zack. Nom. Dann geht es mir jetzt wieder gut. Hui, Maggie. Schön in die Ecke da, damit unsere Tollbomben auch nicht irgendwie komischen Schaden anrichten. Ja, und deswegen möchte ich Spectral-Tiers, weil wir können dann einfach auch durch Steine schießen. Und wenn wir auf Steinen sind und dann durch Steine schießen können, das ist dann einfach so episch. Komm. Zack, bäm. Natürlich, in die letzte Ecke, wo ich gehe, da ist dann natürlich der Boss. Also das heißt, ich habe The Bomb eigentlich komplett gemacht, was ich nie mache oder ganz selten mache. Außer das ist XL. Ach. Na komm, dann gehen wir da jetzt auch noch rein. Okay, ist ein geschenkter Raum. Danke. Schade, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass hier noch ein Bettler oder so ist. Wer auf uns wartet, aber okay. Ups. Zack. Noch eine Münze für mich. Dankeschön. Der Bettler ist bestimmt da unten rechts, wo ich jetzt nicht war. Aber ich möchte es jetzt auch nicht so riskieren. Mein PC ist gerade wieder mega laut. Scheiße. Oh ne, wir haben unnötigen Damage genommen. Nöööööö. Egal. Macht nix. Don't do anything. Oh, guck mal, Herz. Buggy. Ich habe nicht volles Leben, aber der zählt ist als volles Leben. Oh, eine Zockermaschine. Danke für nichts, so Arschloch. Mir wurde gesagt, dass nach dem ersten Momkill das freigeschaltet wird. Habe ich jetzt schon Mama gekillt? Ich glaube schon, oder? Oder war der Fuß nicht Mama? Weiß nicht. Soll ich einfach neben dem Ding jetzt zocken gehen? Hm. Ich möchte Cain haben. Cain. 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 Alter. Ich mach mal. Gut, ist dann explodiert. Hat noch einen Schlüssel und ein halbes Herz da gelassen. Zwischendurch hat es noch einen Schlüssel rausgegeben, aber was? War da nix. Und, ja. Daddy's Long Legs. Autsch. Muss man jetzt hier aufpassen, dass die nicht platt treten. Ist eigentlich ein ziemlich chilliger Gegner, wenn man nicht so behindert spielt, wie ich gerade wieder mal. Die Form ist eigentlich das einzige Problem, was ich habe, aber... Ding. Nehmen wir auch Dogfood mit, haben wir noch mehr HP. Als wir eh schon haben und wisst ihr, was wir... Äh. Soll ich jetzt da hinten nochmal hingehen? Ach, komm. Komm, runter. Zack. In Wurm 2. Ja, gut. Gehen wir nach rechts. Weil da der Geheimraum ist. Ich habe immer noch Hoffnung, dass was Gutes im Geheimraum ist, aber ich glaube nicht. Was soll da schon Gutes drin sein? Wir haben ja eh noch kaum Items freigeschaltet. Autsch. Egal, macht nix. Was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Nicht wahr? Aua. Okay, ich verkack's noch. Pass auf. Zack. So, okay. Egal, waren nur zwei Herzen. Ist jetzt nicht so schlimm. Stimmt, ich hätte noch nach dem super mega Geheimraum gucken können. In der Ebene davor. Der war dann bestimmt da, wo ich nicht war. Weil ich habe den unterwegs, glaube ich, nicht mitgekriegt. Ach, ich bin manchmal so blöd. Hey. Hey, du. Kennst du schon? Danke. Was? Schon wieder? Den hatte ich doch gerade erst. Na, okay. Dann halt nochmal. Macht ja Spaß, Greed zu besiegen. So. Okay, da ist der Boss. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das Auge und die Laser, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut. Alles klar. Wir gehen einfach direkt zu Mama. It lives. Ne, Mom's Heart. Moment, stopp. Okay, Mom's Heart besiegen wir ganz easy. Ne, komm. Erstmal die Herzen. Die sind nämlich am schlimmsten hier am Anfang. Zack. Jetzt chargen wir einfach mal in die Mama rein. Wow, hat das viel Image gemacht. Die spawnt jetzt so lustige Gegner hier. Das macht kein... Das macht nichts. Guck mal, wie viel Damage wir machen. Das ist nicht schlimm. Stirbt, Zombie. Stellen wir uns ganz am Ende hin, damit die Tränen noch ein bisschen mehr Schaden machen. Huch. Okay, müssen wir aufpassen, dass... Bäm, bäm, bäm. Sack. Oh, falls ich kein Damage nehmen, können wir vielleicht schon runter zu Satan. Geht das? Ich weiß gar nicht. Bäm, bäm. Los, nochmal. Stirb. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ah, da war der Bug. Okay. Jetzt ist Mami böse auf uns. Uns bohren doofe Fliegen. Und ist fast am Ende ihrer Kräfte. Okay, stirb mal. Stirb mal. Danke. Und a cross has appeared in the basement. Das heißt... Und wir haben Judas freigeschaltet und wir können sogar zu Satan runter. Wow. Cool. Machen wir mal, ne? Das zählt jetzt eh als Unbook of Belial haben wir auch noch freigeschaltet. Was Samson immer hat. Ach, Samson, äh, Judas. Dann gehen wir runter zu Satan. Versuchen wir es einfach mal. Scheol. Zählt ja eh als durchgespielt, deswegen muss ich mir da überhaupt gar keine Sorgen machen. Und wo gehe ich jetzt rein? Hier. Okay. Das ist ein humaner Raum für... Ich habe gerade dieses Adrenalin-Zeug wieder in mir. So. Weil ich im Schiol bin. Ich war da schon ewig nicht mehr. In der Kathedrale habe ich das schon gar nicht mehr. Ich gehe mal hoch vom Geheimraum aus. Nö, 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 nö. Oh, Double Greed. Man hat es schon gesehen. Ach du... Nö, nö, nö. Moment. Ich gehe erst runter. Sorry, ich kann mich irgendwie gerade nicht entscheiden. Ah. Shit, das war dumm. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Obwohl. Ne, geht eigentlich. Hey du. Hey. Kennst du? Mein Cube of Meat. Scheiße. Aua. Ich glaube ich schaffe es nicht. Also Satan jetzt noch mit Maggie, das wäre echt cool. Aber ich glaube ich schaffe einfach nicht, weil... Ich nicht auf die Gegner achte und einfach total behindert spiele. Da, das meine ich. Komm schon. Was ist da drin? Ach, das war die Blutmaschine, ne? Ich glaube den Raum mache ich sogar. Oder? Ich weiß nicht. Da waren zwei Köpfe. Ich bin mir gerade unsicher. Mann! Dreh dich nicht immer um. Danke. Okay, da unten ist auch nichts. Dann ist der da links irgendwo. Ich glaube ich mache es einfach. Erstmal die Feuer jetzt kaputt. Ja komm, ich muss ja. Nicht schaden, nicht schaden. Nein. Oh, ich spiele scheiße. Ich spiele so schlecht. Ich spiele so schlecht, Leute. Nein. Danke. Okay, wenigstens zwei Herzen bekommen. Nein, nicht schon wieder solche. Ich hasse die Teile. Ich habe lieber Double Greed anstatt diese Dinger hier. Ganz ehrlich. Man muss einfach auf Abstand bleiben, aber... Oh, noch ein Herz. Okay. Nein, warum? Warum? Okay, dass er mit. Der hat jetzt nicht getroffen, ne? Das war echt. Oh, Gott. Nein. Nein. Okay, alles klar. Puh. Wir müssen noch da runter. Okay, der Raum ist gut. Der Raum ist gut. Der Raum ist gut. Der tut mir nicht weh. Alles klar. Okay, der war echt geschenkt. Und der auch, der auch, der auch, der auch, der auch, der auch. Hätten wir jetzt Spectrum Tears, dann wäre das Ganze so einfach. Ist nicht. Du kriegst uns nicht. Okay. Komm, lass da den Boss da irgendwo rum. Komm, die treffen mich nicht. Aha, nein. Okay, da ist er. Mich hätte schlimmer treffen können in der ganzen She-Haul, aber das ist wirklich nochmal mies. Oh, ich dachte schon. Mach mal Satan, ey. Das ist so, als hätte ich jetzt Double-Satan. Komm, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, deshalb. Ich glaube, ein bisschen still. Nein, ich muss den Stein stellen. Stirb. Oh, Gott. Okay. Ich habe wie viele Herzen? Fünfeinhalb? Schaffe ich nicht. Aber gut. Satan. Welche Form war nochmal die erste? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ach, die. Mit den Dingern. Das war das Schwerste an der Form. Boah, da bin ich fast in den Laser rein. Okay, das Ding schützt mich. Nein. Ich mache viel Damage mit Maggie. Ich mache viel Damage mit Maggie. Ich muss daran denken. Nicht, nicht. Ach du. Nein. Okay. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen leise bin. Nein. Der Laser. Nein. Hör auf zu spucken. Ich hasse das, wenn einer lasert und der andere spuckt. Komm, mit Maggie, Sata. Mit... Nein. Warum? Okay, der eine ist tot. Warum hat der mich jetzt gerade getroffen? Oh, Mann. Riecht mich das gerade auf. Okay. Nein. 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 Treffe ich den überhaupt? Ich sehe es gerade überhaupt nicht. Ja, doch. Der leuchtet doch wo? Zwischendurch. Scheiße. Nein. Nein. Was mache ich da? Ich bin so scheiße. Okay. Jetzt ist die dritte Form. Ich schaffe es nicht. Ich habe es gewusst, dass ich es nicht schaffe. Hätte ich ein Herz mehr... Alter. Die Form ist echt nicht... Jetzt bin ich auch noch an so... Der ist auf einmal gespawnt. Ich hätte es geschafft. Ich glaube, unbillige Cord lässt mich zum Satan gehen. Ich bin mir gerade unsicher, weil es hat mich ein bisschen gewundert. Ach, Mann, Leute. Hätte ich ein, zwei Herzen mehr gehabt. Ach, Mann. Ich habe aber auch behindert gespielt da eben bei der einen Form. Ich hätte es schaffen können. Mit Maggie. Aber okay. Wir haben Mama trotzdem besiegt. Das gilt als Mom-Kill. Einmal. Ja. Wir haben einmal Mamas Herz gekillt. Wir haben nur noch Cain, Unlocked und Eve. Mit Samson spielen wir das nächste Mal. Oder mit Judas. Ich bin mir noch unsicher. Haben das Ending jetzt leider nicht gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von... Mit... Über... The Binding of Ice Nick. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal … Vielen Dank.